Jakob Wassermann, das Gänsemännchen 6. Sommer, Herbst und Winter des Jahres 1893 verbrachte er mit unstetem Wandern. Bald saß er an einem entlegenen Ort in Thüringen, bald in einem Tal der Rhön, bald im Erzgebirge, bald in einem Fischerdorf an der Ostsee. Tagsüber arbeitete er an dem Sammelwerk, in der Nacht komponierte er. Und nur der Firma Philander war sein jeweiliger Aufenthalt bekannt. Vor den Brotherren durfte er sich nicht verstecken. Allmählich entwöhnte er sich des Wortes so, dass es ihn Mühe kostete, mit einem Wirt über den Preis eines Zimmers zu verhandeln. Das beständige Schweigen meißelte seine Lippen zu unheimlicher Schärfe aus. Er hörte nichts von seiner Mutter, nichts von seinen Kindern. Es war, als hätte er vergessen, dass es Lebendige gab, die seiner mit Liebe, mit Angst gedachten. Die einzigen Boten aus der Welt waren Briefe, die er in Zwischenräumen von vier bis fünf Wochen durch das Verlagshaus in Mainz nachgeschickt bekam. Die Briefe waren von der Hand Regina Sußmanns, aber sie trugen ihre Unterschrift nicht, sondern die Schreiberin nannte sich die Schwalbe. Und sie redete Daniel mit Du an. Sie erzählte ihm von ihrem Leben, von Büchern, die sie las, von Menschen, die sie sah und von ihren Ideen über Musik. Ihre Mitteilungen wurden ihm nach und nach unentbehrlich. Ihre Treue rührte ihn, und dass sie sich ihres Namens entäußert hatte, gefiel ihm. Sie hatte eine erstaunliche Feinheit und Kraft im Ausdruck. Und so unwahr, so gespannt sie im persönlichen Verkehr auf ihn gewirkt hatte, so überzeugend und natürlich war alles, was sie schrieb. Nie ein Wunsch, dass er geben möge, was er doch nicht geben konnte. Nie eine Klage. Dafür eine Leidenschaftlichkeit des Verstandes, die ihm neu war, die er an Frauen noch nicht kannte. Eine Glut und Sicherheit im Erfassen seines Wesens, vor der er sich beugte wie vor einer höheren Stimme. Er beantwortete keinen Brief, doch wartete er nicht selten mit Ungeduld auf den, der fällig war. Oft dachte er an die Schwalbe in der Nacht, wenn er an ein schwarzes Fenster trat. Er dachte an sie wie an einen allsehenden Geist, der in den Lüften haust. Die Schwalbe, das war sinnvoll, die unruhige, zarte, schnelle Schwalbe. Und er sah jene eine, die sich damals in fabelhaftem Bogen über den Kirchenplatz geschwungen hatte, als Eberhard von Offenberg gekommen war, um ihn zu den verwelkten Blumen zu führen. Da schrieb er an Philippine, schmücke meine Gräber, kauf zwei Kränze und leg sie auf die Gräber. Du musst zum Wolkengipfel hinan, sonst bist du verloren, Daniel, lautete eine Stelle in einem der Schwalbenbriefe. Sobald du um eine Einsamkeit weist, musst du in eine andere Ungewuste schlüpfen. Sobald ein Weg sich dir bahnt, musst du ins Dickicht stürmen. Sobald ein Arm dich umschlingt, musst du dich losreißen und gibt's auch Blut und Tränen. Du musst über die Menschen hinaus. Du darfst kein Bürger sein. Nichts Liebliches darf dir lieb werden. Keinen Begleiter und keine Begleiterin darfst du haben. Kühl und still müssen die Zeiten um dich schwingen. Erz umschlossen bleibe dein Herz. Denn die Musik ist eine Flamme, die im Menschen, der sie gebiert, alles durchbricht und verzehrt. Bloß nicht den Stoff, den die Götter um den Auserwählten geschmiedet haben. Wie hätte da nicht vollends das Bild der rothaarigen Jüden entschwinden sollen, vor der Daniel in Widerwillen geflohen war. Da war eine Muse, wie sie von Dichtern erträumt wird. Jüden, wunderbare Jüden, dachte Daniel. Und dieses Wort Jüden erhielt für ihn eine eigene Bedeutung von Gemütsgewalt und prophetischem Flug. Das Werk, Daniel nothaft, das Werk, schrieb diese zweite Rahel ein anderes Mal, der Prometheus-Raub. Wann schenkst du ihn der verarmten Menschheit? Die Zeit ist wie erdig schmeckender Wein. Dein Werk muss Filter sein. Sie ist wie ein epileptischer Körper im Starkrampf. Dein Werk sei die heilende Hand, die man ihm auf die Stirn legt. Wann endlich gibst du, Sparsamer? Wann reifst du, Baum? Wann ergießt du dich, Strom? Aber dem Baum eilte es nicht, die Früchte abzuwerfen. Der Strom fand den Weg lang bis zum Meer. Er hatte Gebirge zu durchhöhlen und Felsen zu zerbrechen. O qualvolle Nächte, in denen bestehende Form wieder und immer wieder verfiel. O hundert qualvolle Nächte, in denen kein Schlaf war, nur aufgeregtes Toben vieler Stimmen. Trübe Morgen, wo die Sonne auf zerfetzte Blätter schien und auf ein verstörtes Gesicht, ein Gesicht voll alter, immer neuer Leiden. Und Mondnächte, wo einer singend dahin schweift, nicht fröhlich singend, sondern singend, wie einst die Ketze auf den Marterbänken der Inquisition. Und Regennächte, Sturmnächte, Schneenächte, wo er dem Phantom einer Melodie nachrast, die halb schon sein Eigentum ist, halb noch im grenzenlosen Raum unter den Sternen irrt. Da wurde alle Landschaft bleiche Vision. Busch und Gras und Blume wie Gespinst in einem Fieber. Menschen, die vorübergingen, und Nebelschwaden, die überm Wald faserten, waren von ein und derselben Beschaffenheit. Nichts war greifbar. Der Gaumen schmeckte den Bissen nicht, die Finger spürten kein Ding. Schlechtes Wetter war das Willkommene. Es dämpfte die Geräusche, machte die Menschen stiller. Verflucht die Mühle, die klappert. Verflucht der Zimmermann, der den Balken schlägt. Verflucht der Vorknecht, der die Gäule anruft. Verflucht das Lachen von Kindern, das Quaken der Frösche, das Zwitschern der Vögel. Ein Fühlloser blickt auf euch, einer, der stumm und taub ist. Einer, der Kleid und Schmuck von der Welt reißen will, damit keine Farbe und kein Glanz sein Auge ablenkt. Einer, der bei Nacht zum Himmel fliegt, um das ewige Feuer zu stehlen. Und bei Tag in Gräbern wühlt. Ein Auswürfling. Als das Frühjahr kam, begann er den dritten Satz. Ein Andante mit Variationen. Es drückte den schauerlichen Frieden aus, den Lenores schlummerndes Antlitz eine Nacht vor ihrem Tod gezeigt. Da waren plötzlich alle Quellen erschöpft und er wusste nicht, warum seine Hand und seine Fantasie erlarmten. Eines Abends kehrte er von einer langen Wanderung nach Arnstein zurück, einem Marktflecken im Unterfränkischen, wo er um diese Zeit sein Quartier aufgeschlagen hatte. Er wohnte bei einer Nähterin, einer armen Witwe, und als er in sein Zimmer trat, sah er das Töchterchen der Witwe, ein zehnjähriges Kind, vor der geöffneten Schachtel stehen, in der sich die Maske der Zingarella befand. In harmloser Neugier hatte das Mädchen den Deckel heruntergenommen und war gebannt von dem unerwarteten Anblick. Als es Daniel gewahr wurde, zuckte es erschrocken zusammen und wollte fliehen. Aber Daniel legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, »Bleib nur!« Er fühlte den mageren Körper, die furchtsam bebende Gestalt unter seiner Hand, und eine ferne Erinnerung schlug ihm wie mit Krallen in die Brust. Der Mund der Maske schien zu sprechen, Stirn und Wangen leuchteten weiß. Wenn er die Augen abwendete, tanzte oben im Raum ein Älfchen, und das Älfchen erregte eine schuldvolle Unruhe in seinem Gemüt. Philippine wollte nie erlauben, dass das Agneslein mit anderen Kindern spielte. Einmal war das Kind auf den Platz gegangen und hatte zugeschaut, wie kleine Mädchen Schneiderlei mir die Scher spielten und lachend von Baum zu Baum liefen. Gern hätte es sich zu ihnen gesellt, aber niemand forderte das blasse, scheue Wesen auf, am Spiele teilzunehmen. Da schoss Philippine wie eine Furie daher und rief erbost, Geh in die Stuben rauf, sonst kriegst da Schellen, dass dir drei Tag lang die Zähne im Maul klappern. Auch zog sie immer ein schiefes Gesicht, wenn der alte Jordan sich zu dem Kind setzte, um mit ihm zu reden. Beachtete er dies Zeichen ihres Unwillens nicht, so begann sie erst leise zu singen, dann lauter, dann schimpfte sie in gehässiger Weise und gab sich nicht eher zufrieden, als bis Jordan mit einem Seufzer aufstand und hinausging. Er durfte es nicht wagen, Philippine zu trotzen. Sie bestrafte ihn, indem sie ihm schlechtes Essen und winzige Portionen verabreichte. Und er litt viel an Hunger. Er verdiente nur ein paar Groschen in der Woche und musste das Geld sparen, damit er die Ausgaben bestreiten konnte, die ihm durch die Arbeit an seiner Erfindung verursacht wurden. Er glaubte an die Erfindung. Sein Glaube ward mit den Jahren immer fester. Kein Misslingen beirrte ihn. Im Gegenteil, er war überzeugt, dass ihn jeder Fehlschlag näher zum Ziel brachte. Einst fragte er Philippine, »Warum wollen Sie denn nicht, dass ich mich ein bisschen mit meinem Enkelchen beschäftige? Es tut mir so wohl. Es lenkt mich ab. Es mildert die Spannung meines Geistes.« »Blödes Geschwätz«, antwortete Philippine, »das Agneslein ist mit seinem Vater übel genug dran. Der Großvater, der fehlt mir noch. Der tät das Kraut fett machen.« Ein andermal sagte der Greis, »Schließen wir einen Vertrag. Sie lassen mich täglich eine halbe Stunde bei dem Kind, und ich besorge Ihnen dafür die Gänge in der Stadt.« Philippine erwiderte grob, »Meine Gänge besorge ich mir selber, und das Agneslein gehört mir. Basta!« Dabei war Philippine um jene Zeit besonders guter Laune. Es hatte sich nämlich gefügt, dass Benjamin Dorn, der zusammen mit Herrn Zittel von der Prudenzia weggegangen und jetzt bei der Gesellschaft Excelsior beamtet war, sich lebhaft für sie interessierte. Philippine hatte ihrer Freundin, der Frau Hadebusch, in einer schwachen Stunde verraten, dass sie beträchtliche Ersparnisse besaß, und mit dieser Wissenschaft hatte Frau Hadebusch den Methodisten auf ernste Heiratsgedanken gebracht. Der Methodist gab sich Mühe, Philippines Gunst zu gewinnen. An ihrer gottlosen Denkungsart nahm er freilich Anstoß und schüttelte betrübt den Kopf, wenn sie ihn einen Pfaffen nannte, und erklärte, das fromme Getue sei ihr Wurscht. Die Hauptsache wäre, dass man Moneten im Sack habe. Eine Meinung, der Frau Hadebusch mit allem Nachdruck beipflichtete. Frau Hadebusch sagte zu Benjamin Dorn, eine tüchtigere, drallere, vermöglichere, von oben bis unten besser ausstaffierte Person als das Fräulein Schimmelweiß könne er auf dem ganzen Erdenrund nicht ausfindig machen. Er und sie seien für die Ehe geschaffen wie Essig und Öl für den Salat. Man solle nur sehen, was für stattlich Gewänder die Person habe und wie sie sich zu putzen verstehe, und von guter Familienabstammung sei sie noch überdies. Kurz, jedem Mann wäre zu gratulieren. Und zu Philippine sagte Frau Hadebusch, Der Dorn, das ist ein Schreiber, wie es ausgezeichneter keinen gibt. Der führt ihnen eine Feder, dass es ein wahrer Staat ist. Er hinkt ein bissler, na ja, wie viele gehen auf zwei gesunden Beinen und haben bloß Lumpereien im Kopf. Der aber kein Wässerlein kann ertrüben. Er ist so sanft wie Zwetschgenmus. Und wenn ihn ein Hund anbellt, gibt er ihm ein Stück Zucker. So ein Mann ist das. Im Oktober gingen Benjamin Dorn und Philippine auf die Vierter Kirchweih. Und das Agneslein wurde natürlich mitgenommen. Benjamin Dorn wusste, was er sich schuldig war. Er ließ Philippine zweimal auf dem Karussell fahren, zahlte das Entree in ein Wachsfigurenkabinett und nahm ein Los am Glückshafen. Es war eine Niete. Da setzte er Philippine auseinander, dass es unmoralisch sei, in einer Lotterie zu spielen, und kaufte eine Tüte mit Pfeffernüssen, was doch ein solider Genuss war. Philippine benahm sich außerordentlich kokett. Sie lachte grundlos, sie verdrehte die Augen, sie sprach mit gespitzten Lippen, sie wackelte mit den Hüften und ergriff jeden Anlass, um ihre Bildung zu zeigen. Als sie mit der Eisenbahn zurückfuhren, sagte sie, sie habe Lust, einmal in einer Schäse zu sitzen, aber zwei Rosse müssten sein und ein Kutscher mit einem Zylinder. Benjamin Dorn entgegnete, solches ließe sich machen, und er deutete schalkhaft an, dass er eine gewisse feierliche Zeremonie nicht ohne ein derartiges Vehikel veranstalten würde. Philippine kicherte und sagte, sie sind ja ein ganz Geriebener. Worauf Benjamin Dorn glücklich und verlegen grinsend zu Boden schaute. Dann trennten sie sich, denn das Agneslein war in Philippines Arm schon eingeschlafen. Wie sich Philippine zu der Bewerbung des Methodisten innerlich verhielt, war schwer zu ermessen, obgleich sie so tat, als fühle sie sich geehrt und in ihren Erwartungen geschmeichelt. Benjamin Dorn war seiner Sache keineswegs sicher, und wenn Frau Hadebusch auch noch so resolut ins Zeug ging, musste sie sich von Philippine immer wieder vertrösten lassen. Nie zuvor aber hatte Philippine so viele Lieder geplärrt, nie waren ihre Bewegungen so hurtig gewesen. Jeden Tag zog sie ihr Sonntagskleid an und schmückte es mit den erlesensten Bändern und wusch ihre Hände mit Mandelseife und frisierte sich vor dem Spiegel. Simpelfransen waren nicht mehr modern, dafür baute sie aus ihren Haaren einen Turm und sah aus wie eine Chinesin. Bisweilen besuchte sie Herrn Karovius, den sie stets allein traf, denn Dorothea Döderlein war von ihrem Vater nach München geschickt worden, wo sie sich in ihrer Kunst vervollkommenen sollte. Mit halben Worten, augenzwinkernd, dumm und herausfordernd lachend, berichtete sie von Benjamin Dorn und seinen Absichten, wie, wenn es gar nicht anders möglich sei, als dass Herr Karovius die brennendste Neugier nach ihren Erlebnissen trage. Herr Karovius war ihrer schon längst überdrüssig, mochte ihr aber die Tür nicht weisen. Es stand mit ihm so, dass er aufatmete, wenn er eine menschliche Stimme hörte. Es stand mit ihm so, dass er sich in seinen vier Wänden vor der Stille fürchtete. Keiner kam zu ihm, keiner sprach mit ihm, und er seinerseits getraute sich, keinem zu nähern. Mit dem Hochmut von Ehedem war es aus, und nun fand er keinen Weg mehr zu den Menschen. Ging er ins Paradieschen, so kannte ihn niemand. Die Brüder vom Jammertal waren zerstoben, ein anderes Geschlecht saß da, von anderer Herkunft, mit anderen Tiraden, und er war alt. Dorotheas Abwesenheit konnte er nicht verwinden. Er zählte die Tage bis zu ihrer Rückkunft, und das Klavier öffnete er nicht mehr, weil alle Musik und die zumeist, die er liebte, einen Trübsen aufschießen ließ, der die Stube erfüllte, gleich Miasmen. Der Nero unserer Zeit litt an der Cäsaren-Melancholie. Der Kleinbürger war in die unterste Tiefe des finstern Schachtes hinabgesunken, den er selber gebohrt, um alle Freuden, alles Neue werden, alle Flügelwesen darinnen zu verscharren. Das Schlimmste war, dass er keine Beschäftigung hatte und dass hiergegen kein Kopfzerbrechen half. Die Welt lief ihren Gang rätselhaft, lief ihren Gang ohne seine Kritik, ohne seinen Beifall, ohne seinen Richterspruch und seine Totengräberei. Philippine ärgerte sich über den schelblickenden Ofenhocker und ihre Besuche wurden spärlicher. Mit Frau Hadebusch wollte sie sich nicht aussprechen, die schien ihr zu nahe beteiligt bei der Sache. Sonst hatte sie niemand und sie musste ihre Ungeduld und Aufregung im Zaum halten. Frau Hadebusch